Meine Liebe, hast du verstanden? Das ist London time. Das ist eigentlich egal, wo wir wohnen. Ich bin ein Berliner. Ich meine, ob du in der Schweiz oder in Österreich wohnst, das ist völlig egal, was das für eine gute ist. Und die Emma ist in London, die hat das gut, ja? Also die muss auch nicht rechnen wie du. Nein. Ich habe etwas wirklich wichtiges zu erzählen. Was? Emma? Nein, 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 siehst du, siehst du, das ist dein Problem, verstehst du? Weil du sehr schnell dabei bist, einfach dich in irgendwas... Das ist doch egal, was sie sagt. Es war vielleicht wichtig, Emma? Cecilia ist mit deinem... Hast du verstanden, was sie gesagt hat? Ja, nein, nein, aber bleib bei der Sache, bleib bei der Sache. Also wir waren irgendwie dabei zu erklären, warum... Nein, nein, siehst du schon. Siehst, ich habe schon wieder nicht verstanden wegen dir. Hallo, guten Tag! Du willst alles da aufschnappen, das ist egal! Das ist egal, Barbara! Wer hat mit Wim geschlafen? Mit Wim geschlafen? Wim geschlafen? Kann man die nicht ausschalten, die Emma? Kann man die nicht mal ganz kurz irgendwie ausschalten? Warte mal... Hurr, 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 hurr! Schna, schnappi, 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 schnappi! Brauch, du bist so süss, Camille! Hast du mit jemandem gesprochen, hast du gesagt... Weißt du, ich vermute, Camille ist doch keine Französin. No, Camille ist ein französer Name, es ist ein französer Name, also es ist französ. Ja, ich weiß. Aber, du, hast du... Nee, aber am nächsten Mal frag nicht noch mal, ob das Londons Zeit ist, oder... We have to tell you this, it's so important, it's life or death! You see, you see, you see, you see what you did? You see, you see, Cecilia? And you have a terminal illness. Ja, 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 du, 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 du hast nicht die Beladung, die Leberwurst. Nein, die Leber, die... Cecilia, you are becoming crazy. You have three months to live. Who? There, there, du, Cecilia? Three months to live right now, right now, right now, three months to live. Camille! Camille! You slept with my husband, I knew it. Yes, she did. Schau mich nicht so an. Ups, I did it again. It's cool. It's cool, Camille. Das ist dir, das ist dir doch egal, dein Typ, das ist doch egal. Wir sind so lange Freunde, ich bin dir nicht egal, du bist mir nicht egal, also nur manchmal vielleicht, aber nicht immer. Camille, hau ab! Camille, hau ab! Ja, ich bin mal, ich bin mal. Vielen Dank.